Er schaut sich da mal ganz genau an, welche roten gehen denn da so rein, wenn es über rot, über blau, wieder zurück zu der roten. Und er musste sich das jetzt anbauen und überlegen, wo es weiß, nach dem Spielen von blau hin, ab welchen Winkel er sich auf blau stellen muss. Auf! Mit einem Winkel, mit einem relativ kleinen Winkel, also nicht unbedingt der, der nahe liegt, dass man da über den Bordbereich sich den Spielball zurückholt. Das war dann schon Arbeit und Klasse gemacht. Und man sieht dann hier ja auch, wie der Spielball da plötzlich wieder abgeht. Die hat er während der WM hier schon mal gewitzelt. Und dann hat er, wie der Spielball da ist. Untertitelung des ZDF, 2020